So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses, der Digga, eine neue Folge Pokémon Go. Ich kann das Ganze jetzt nur genau exakt einmal aufnehmen, ohne Schnitte, ohne irgendwas, One Take, da muss alles sitzen und ich habe absolut keinen Plan, was ich eigentlich machen möchte. Erstmal den Hannes begrüßen, servus Hannes. Moin. Habt ihr das gehört, Hannes, ne, gibt nämlich auch in London und Osaka gibt es Leute, die heißen Hannes. Und das Video bezieht sich jetzt auf das Go-Fest, denn es ist das Go-Fest-Wochenende, das Go-Fest war in London und in Osaka, beziehungsweise ist immer noch Freitag, Samstag, Sonntag. Ob ihr ein Ticket hattet oder nicht, könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben und das macht der Weltabsicht, damit ich gleich wieder abbrechen muss. Ich bin total raus jetzt schon wieder. Nein, aber ich habe heute vor, einfach nur mal fix Mega Rayquaza zu entwickeln und Mega Dianzi zu entwickeln, weil das sind zwei besondere Exemplare, zwei besondere geniale Pokémon. Ich kenne Dianzi überhaupt nicht, ich weiß gar nicht, was das ist. Die möchte ich extra nur für dieses Video entwickeln. Sonst seht ihr heute eigentlich nichts, denn ein offizielles Ausbeute-Video würde ich dann planen, wenn die zwei Feste um sind, beziehungsweise eher Sonntag dann. Hier gehe ich mal kurz drauf, möchte auch mal zeigen, was ich cool fand und zwar im Heute-Tab gab es eine goldige Aussichten-Forschung, bei der man am Ende zu Bierriss Mega-Energie bekommen hat. Wo ist der Zusammenhang, haben sich viele gefragt. Es gab nochmal drei goldene Bären und es gab 80 Pokémon-Münzen. Das erste Mal, glaube ich, in der Weltgeschichte von Pokémon Go, dass man Münzen aus einer Forschung bekommen hat. Sonst gab es ja über den Daily-Bonus so, wenn man bestimmte Sachen macht und alles, mit Arenen-Sätzen plus diese Aufgaben, das haben sie wieder weg, nur noch Arenen. Aber eine Forschung, eine befristete Forschung, aus der du 80 Münzen bekommst, und was machst du vor allem mit den 80 Münzen? Die reichen ja noch nicht mal für einen weiteren Rate-Pass. Das möchte ich gerne abholen. Das ist eine Spezialforschung, die hier abgeschlossen wurde. Das ist Glitzernder Garten, das interessiert uns nicht. Ihr habt natürlich immer schön auch hier gesehen, London, Osaka, die ganze Zeit immer beim Go-Face sind hier Bilder, alles ist voll gemacht. Das sieht richtig cool aus. Was ich jetzt aber brauche, ist der Spezial-Tab. Ich habe nämlich aus London die Stadterkundung, Stufe 5 von 5. Löse bei einem Rayquaza die Mega-Entwicklung aus und verwende 10 Power-Ups bei Pokémon vom Typ Drache. Jetzt muss ich das noch machen. Gleichzeitig ist hier unten die Osaka-Stadterkundung. Da ist dasselbe. Löse bei einem Rayquaza die Mega-Entwicklung aus und 10 Power-Ups bei Drachen. Hätte ich das also gemacht gestern, hätte ich es heute wieder machen müssen in einer anderen Stadt. Hättest du zweimal, machst es einmal und hast gleich beides fertig. Und beides hat natürlich neben der Stadterkundung auch ein Park-Abenteuer. Dianzi ist jetzt nicht so kompliziert. Wir geben mal ganz kurz Dianzi ein. Dianzi sehen hier ein Dianzi. Ich habe jetzt 649 Mega-Energie. Man braucht 300, um das Mega zu entwickeln. Ich werde das einmal kurz jetzt Mega-Entwickeln für dieses Video mir hier den Pokédex-Eintrag holen. Ich werde es nicht bewerten, denn ich möchte ja noch ein Ausbeute-Video machen. Da möchte ich dann die IV zeigen. Die Leute, die das selber haben, die können ja anhand des WP-Wertes vielleicht abschätzen. Ist das gut, ist das schlecht. Mit Mega-Entwicklung ist das jetzt bei 1825. Das sieht sehr mickrig aus. Keine Ahnung. Ich habe 5 XL Bonbons von Dianzi. Und ja, immer noch 349 Dianzi Mega-Energien übrig. Wie findet ihr dieses Pokémon? Ich kenne es nicht. Ich sehe es jetzt hier. Zum Glück hat das kein Geschlecht. Man muss also nicht männlich und weiblich entwickeln. Man hat einfach nur das mit dem Kleid. Und es sieht sehr hübsch aus. Aber es ist halt jetzt nichts für mich. Wow, es hat die Farbe geändert. Guck mal, jetzt ist es weiß. Das überzeugt mich trotzdem nicht. Mega Dianzi kann das was. Schreibt Zreich. Ich gehe runter. Ich habe doch jetzt hier das fertig, oder? Jetzt kann ich hier nämlich abholen. 5, nee, 3 Sonderbonbons. 25 Dianzi Bonbons. 2 Log-Module. Und hier ist eine Pose drin, oder wie? 20 Dianzi Bonbon XL. 5 Sticker. Und eine Schatzkartenpose. Für Mann und für Frau. Jetzt müsste ich das doch aber doppelt haben. Park. Ah, da ist ja bei dem anderen ist noch eine Aufgabe. Schließe eine neue Freundschaft. Und jetzt als super Profi-Tipp für alle Leute, die das noch nicht wussten. Wenn ihr keine Freunde habt und nicht wisst, wie ihr neue Freunde bekommt, dann löscht einen Hannes aus eurer Liste. Und der Hannes addet euch erneut. Das habe ich vorhin gemacht. Ach du meine Güte. Hannes, jetzt ist alles voll mit irgendwelchen Leuten. Hier ist er. Ich habe den Saugwagen. Hannes steht direkt über dem Saugwagen. Das ist, ich glaube, den muss ich annehmen, weil das so einen coolen Namen hat. Also, ihr braucht keine neuen Freunde unbedingt. Ihr könnt, wenn ihr nebeneinander steht und beide Leute die Aufgabe haben, euch gegenseitig löschen und direkt wieder adden, dann zählt das auch. Es zählt nur dazu, wenn man eine Freundschaftsanfrage annimmt. Ob die aus einem bestehenden Freund, den man schon hatte, kommt oder wie auch immer. Ein komplett Fremder, ein Neuer, ein Bekannter. Das ist komplett egal. Jetzt habe ich also Hannes angenommen. Jetzt ist diese Aufgabe fertig. Und jetzt kann ich hier auch nochmal die Bonbons abholen. Und, genial. Statt der Pose, weil die Pose kriegst du aus der ersten Forschung und wenn du die gleiche Spezialforschung nochmal hast, kriegst du D&C Mega-Energie. Du kriegst also nur einmalig die Pose. Zweimal die Pose wäre ja Quatsch. Du kannst dich eh nur einmal anlegen. Also einmal Pose. Beim zweiten Mal gibt es Mega-Energie. Beim dritten Mal, wer noch New York hat, wird auch wieder Mega-Energie bekommen. Du kriegst ja auch nur einen D&C, gerade aus diesen Live-Events. Und dann auch wieder Mega-Energie. Muss man so. Und jetzt habe ich ja das Ganze noch mit Rai Quarza übrig. Da wird es ein bisschen komplizierter. Erstmal gehe ich hier rein und habe hier ein 100%iges auf Level 50. Das könnte man mega entwickeln. Das hat aber Orkan. Orkan ist eigentlich eine coole Attacke. Möchte ich jetzt gerade erstmal nicht machen. Ich habe hier aber noch ein anderes. Und zwar das. Das hat kein Orkan. Das hat Drachenrude-Wud-Anfall. Das ist auch ein 100%iges. Das kann man sogar noch pushen. Wir pushen das mal. Maxen dieses auf Level 50. Dann ist das das zweite 100%ige Rai Quarza, was ich habe. So. Dann möchte ich bitte aber noch eine neue Attacke drauf machen. Weil ich möchte ja auch die, ähm, eine Drachenattacke haben und nicht nur die andere. Und jetzt habt ihr ja, könnt ihr nur das Mega entwickeln, wenn ihr dem die Attacke Zenitstürmer gebt. Und dafür gab es ein Meteorit aus der Forschung. Ihr seht, hier steht Zenitstürmer. Es wird angezeigt. Ich habe zwei Meteoriten. Einen können dich einsetzen. Wir vergessen dafür Antikkraft. Geben das Item, den Meteorit. Es dreht sich einmal und freut sich. Eins, zwei und schwupp. Rai Quarza ist schlecht. Weil er hat sich ja jetzt gedreht. Jetzt hat er Zenitstürmer. Und dadurch, dass der Zenitstürmer hat, ich schwöre auf alles, können wir jetzt die Megaentwicklung durchführen. Und das machen wir jetzt einmal so bei diesem 100% gemäxten Rai Quarza. Und guckt euch mal den Hintergrund an. Dafür mache ich das gerade, dass ihr das mal seht, wie das aussieht. Plus Mega-Pokedex registriert. Einfach nur eine grüne Apfelschnur. Richtig genial. Den jetzt jeden Tag entwickeln. Das passt. 2080 Rai Quarza Mega-Energien. Ich habe gestern neun freie Pässe gehabt. Ich habe heute neun freie Pässe gehabt. Ich habe alle Pässe immer nur in Mega-Rai Quarza gesteckt. Ich verstehe nicht, wieso Leute Xenias oder Evil-Tile dort geratet dann haben. Die kommen doch eh in den nächsten Wochen jetzt dann generell als Fünfer. Also ich hätte die Chance genutzt auf Mega-Rai Quarza. So, der sieht also lustig aus, würdet ihr sagen. Das ist der normale, das ist der grüne aus Römhild. Ich habe aber ja noch ein Meteorit übrig. Und ihr wollt ja sicherlich ein Shiny sehen noch, wie das ausschaut. Normal mache ich aber männlich, weiblich, Shiny überhaupt. Hier das höchste Shiny mit Wetterbrust ist der. Der hat drei Sterne, aber nur 14, 12, 12. Das ist nix. Gehen wir mal runter, suchen ein anderes und haben hier zwei Stück. Das ist ohne Wetterbrust. Die zwei höchsten sind 21, 70. Der hat 15, 13, 13 ist also besser. Drei Sterne. Der hat auch 15, 13, 13 und drei Sterne. Der ist vom Chill Boris. Den, weil er halt auch schon einen Namen trägt und was Besonderes ist, der wird von mir jetzt auch, um auf Level zu 50, äh, um auf Level 50 zu pushen, reicht es nicht. Den mache ich aber wenigstens mal auf Level 40. So, 40 kann man immer machen, das schadet niemandem. Geht auch zurück. Kommt da wenigstens von 2, 1 auf 3, 7, 9, 7. Kriegt jetzt noch die Attacke Zenitstürmer. So, dafür gebe ich meinen zweiten Meteorit aus. Ihr hättet, oder hättet ihr das zweite Hunderter gemacht? Ich weiß es nicht. Ich gebe das jetzt einfach hier drauf, bei Antikkraft, und wir entwickeln noch das Shiny. So, schwupp. Jetzt Mega-Entwicklung. Mit 400 kommt da 5600 noch was dann raus. Dieses Schwarzrei quasi in diesem dunklen Hintergrund. Wird jetzt hier zusammen geschrumbelt. Komm da raus, ist eine Schnur. Guckt ihr das an? Und da ist es. Das sieht richtig komisch aus. Ich weiß nicht. Ich weiß, alle Leute freuen sich und feiern Mega-Rei-Quase. Aber ich glaube, das ist jetzt die Cola-Schnur. Also, ihr habt die Apfelschnur gehabt. Jetzt habt ihr die Cola-Schnur. Findet ihr das cool? Ich glaube, das Grüne auf dem normalen Hintergrund gefällt mir deutlich besser, wie das Schwarz auf dem Gold-Hintergrund. Aber da bin ich sehr eigen. Da bin ich ganz alleine mit der Meinung. Das weiß ich schon. Der hat jetzt Luftschnitt und Zenit-Stürmer. Das heißt, das ist jetzt mein Luftangreifer. Der andere ist mein Drachenangreifer. Da möchte ich noch ein was zeigen zum Abschluss, was ich auch cool fand. Es gab doch Fangkarten. Wenn ihr nämlich in Osaka... Osaka. Wenn ihr in Osaka... ...Rei-Quasa gefangen habt, dann hat es einen Hintergrund von der Stadt. Das ist Osaka. Normal. Warte, normal. Wir seht ihr ja hier. Drache Flug. Das ist der Hintergrund. Das ist der Drachen-Hintergrund. Aber es gab den Osaka-Hintergrund. Und der sieht schön aus. Die, alle, die den Hintergrund haben, von neun Rei-Quase haben nur drei Stück den Hintergrund. Das habe ich auch nicht verstanden. Normalerweise hieß es, dass alle, die man da macht, haben den Hintergrund. Aber drei von neun haben den Hintergrund. Der Rest hat es nicht. Das gleiche gab es auch bei London. Das sieht normal aus. Und das ist dann der Hintergrund von London. Sieht auch schön aus. Wir haben sowas auch schon mal gehabt von... ...Kiogre und Groudon zum Go-Fest irgendwie. Aus New York haben da einige das gehabt auch, als da was war. War es das Go-Fest? Ich glaube schon. Ich weiß nicht. Ich glaube, ich habe die aber verschickt aus Versehen. Also, das ist was, was man eigentlich sammeln müsste. Ich habe immer noch 1680 Mega Energie von Rei-Quarza. Der Hintergrund ist super genial. Super fett. Sieht super schön aus. Was sagt ihr dazu? Feiert ihr den Hintergrund? Feiert ihr mega die an sie? Was ist euch lieber? Ein shiny Rei-Quarza oder ein normales? Wir wollen die Schwarzen sehen. Hannes ist auch schwarz. Das heißt, ich bin der Grüne. Der Grüne Wurm. Pass auf. So. Das war es jetzt von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses. Raupi. Tschüss Hannes. Tschüss.